Kapitel 16 – Voice of America 1982-1983 I've been fighting my whole life for the privilege to work. Aus Forever vom Album Man Without Women. Ich und das Geld. Was soll ich dazu nur sagen? Wir haben uns noch nie besonders gut vertragen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich alles, was ich habe, in Dinge investiere, an die ich glaube. Emotional. Oder meine ganze Zeit. All mein Talent. Meine ganze Energie. Und selbstverständlich auch meine ganze Kohle. Schließlich hasse ich es, andere Leute um Geld anzuschnorren. Bis vor kurzem hatte ich auch keine Leute, die das für mich übernehmen konnten. Mal sehen, wie lange die das für mich machen wollen. 1982 gab ich das wenige Geld, das mir nach dem Filmabenteuer geblieben war, dafür aus, eine elfköpfige Band ein Jahr auf Welttournee mitzunehmen. Der Rock-Lebensstil ist nicht jedermanns Sache. Im Prinzip packt man seinen Koffer und packt ihn erst 30 Jahre später wieder aus. Dafür benötigt man Hingabe, Durchhaltevermögen, Geduld und Ehrgeiz. Das Bedürfnis bzw. die Fähigkeit, irgendetwas anderes zu tun, ist völlig fehl am Platze. Die Leute sagen oft, ach, wie stolz du doch sein musst, wie redlich du sein musst, dass du all die Nachteile, die ein so glückliches Schicksal mit sich bringt, überwinden konntest. Es tut mir leid, aber ich muss diesen Vorwurf der Rechtschaffenheit brüsk von mir weisen. Wir waren Penner, völlig ungeeignet für jegliche Art von konventionellem Broterwerb. Aber wir ehrten unser verfemt vogelfreies Gewerbe. Über Arbeitsmoral verfügten wir außerdem. So viel muss ich uns zugestehen. Hier sind ein paar Tipps, wie man eine Band zusammenhält. Sobald man es sich leisten kann, sollte man immer separate Hotelzimmer buchen. Hier sollte man sich ausnahmsweise die Beatles, die sich diesen Luxus nie gönnten, nicht zum Vorbild nehmen. Fragt besser nicht. Auch sollte man darauf achten, dass jeder einmal im Rampenlicht stehen darf. Dafür muss man herausfinden, was jedes einzelne Bandmitglied drauf hat und wie sich das dann auch umsetzen lässt. Wenn es sich um eine echte Band mit einer festen Besetzung handelt, bei der ein oder zwei Leute für den Großteil des Songwritings verantwortlich sind, sollte man im Erfolgsfall einen Weg finden, auch jenen Bandmitgliedern, die keine Songs beisteuern, etwas vom Publishing-Geld abzugeben. Das bringt niemanden um. Freundinnen und Ehefrauen oder im Fall einer Girlgroup, Freunde und Ehemänner sollten vom Tourleben so gut wie möglich ferngehalten werden. Die Band muss zueinander finden und eine Bindung eingehen. Vor allem am Anfang. Außerdem sollten die jeweiligen Partner auch mit ihrem eigenen Leben genug um die Ohren haben. Man sollte Tagebuch führen. Ach, wie sehr wünsche ich mir, ich hätte das getan. Dieses Hörbuch enthält nur die 10 Prozent, an die ich mich noch erinnern kann. Ich rede hier nicht von einem Tagebuch, das man als 14-jähriges Mädchen schreibt. Oh, heute in Mathe hat mich Joey angeguckt. Man sollte sich viel mehr Notizen über die einzelnen Städte, Hotels, Auftrittslokale, Restaurants, Veranstalter, ortsansässigen Bekannten, Freunde und Journalisten machen. Vielleicht kehrt man ja in den nächsten 30 oder 40 Jahren immer wieder dorthin zurück. Ich war also der Meinung, dass man Geld ausgeben sollte und dass ich davon immer ein wenig mehr verdienen könnte. Keine Ahnung, woher ich das habe. Als ich aufwuchs, waren wir nicht gerade wohlhabend. Ich verdingte mich als Zeitungsjunge und als Caddy auf dem Golfplatz. Ich schrubte Boote im Yachthafen, malochte in einer Kartonagenfabrik und verdiente mir ein bisschen was dazu in der Schusterei meines Großvaters. Verschwenderisch ging ich mit meiner Kohle auch nicht um. Okay, eine Zeit lang stand ich auf Glücksspiel, aber als ich begriff, dass man auf lange Sicht nicht gewinnen konnte, gab ich das auf. Leute, die Geld zu vergöttern scheinen, fand ich schon immer abstoßend. Das ist auch heute noch so. Deshalb kommen die Wall Street und ich auch auf keinen grünen Zweig. Auch mit den meisten Managern und Buchhaltern kann ich nur sehr wenig anfangen. Noch vor der Tour mit den Disciples of Soul entschied ich, dass unsere Masche auf einem Konzept beruhen sollte. Ich ließ also bodenlange Ledermäntel mit einer Variation des Logos der Hells Angels auf dem Rücken anfertigen. Obwohl ich mir das Okay des damaligen Anführers der Angels in New York, Chuck Sito, holte, bekamen wir in Europa wegen der Mental Probleme und ich musste ein paar sehr ernste Gespräche führen. Ich wollte uns als ultimative Rock'n'Roll-Rebellen inszenieren, aber ohne Drogen und Alkohol. Außerdem sollten wir durch unsere exzellente körperliche Verfassung überzeugen, um mit gutem Vorbild voranzugehen und uns auf die bevorstehende Revolution vorzubereiten. Das war in einer Zeit, bevor es in Hotels Fitnessräume gab. Ich hatte einen eigenen Trainer namens Phil Dunphy und wir verstauten die Ausrüstung einfach unten im Bus. Wenn wir bei einem Hotel vorfuhren, ließ er die Pagen alles in ein Zimmer tragen, den er dann zum Trainingsraum umfunktionierte. Das spüre ich bei Gott. Hoffentlich lasse ich mit solchen Geschichten nicht allzu sehr heraushängen, wie alt ich bin. Jetzt, wo doch jedes schmierige Motel ein eigenes Gym hat. Habe ich schon erwähnt, wie der Milchmann früher jeden Morgen Milch vor unsere Haustür gestellt hat? Und dass Ärzte früher noch Hausbesuche gemacht haben? Außerdem erinnere ich mich noch daran, dass täglich ein Fast-Food-Truck vor unserem Haus vorfuhr und Cupcakes und Donuts geladen hatte. Das bilde ich mir nicht nur ein. Aber seien wir ehrlich, was die Gesundheit betrifft, hatten die Amerikaner nie wirklich eine Chance. Im ersten Jahr spielten die Disciples ein paar interessante Gigs. So traten wir beim US-Festival auf um 9 Uhr morgens. Beim Reading-Festival wurden wir mit Bierflaschen beworfen. Außerdem traten wir vor The Who und U2 auf. Die Leute wussten nicht, was sie mit uns anfangen sollten. Fünf Bläser, Rock-Gitarre, ein Percussionist, gemischtrassig. Es war schwierig, uns in eine Schublade zu stecken. Daher war es besser, unsere eigenen Shows zu spielen, als für irgendwen anderen den Anheizer zu machen. Das Konzept der 4-Band funktioniert eher in der Welt des Hard-Rock und anderer Genres, wo der Opener so ähnlich wie der Haupt-Eck klingt. Wenn man aber auch nur im Geringsten einzigartig klingt, ist man besser dran, wenn man von Anfang an versucht, sich sein eigenes Publikum aufzubauen. Das heißt, wenn man sich das auch leisten kann. Nun ja, daran arbeite ich immer noch. Ich spiele wirklich lieber vor 500 meiner eigenen Fans, als vor 50.000 Fans von jemand anderem. Man verkauft auch mehr Platten, wenn man vor seinen eigenen Leuten spielt. Außerdem bleiben sie einem ein Leben lang treu. Darüber hinaus wollte ich jetzt nur noch über Politik sprechen. In Amerika kam das gar nicht gut an. Das ist auch heute noch so. Okay, vielleicht wird es langsam besser. Deshalb begann ich mehr und mehr Zeit, in Europa zu verbringen. Der große Wendepunkt in meiner Solokarriere war vielleicht schon die allererste Show. Sie fand am 16. Oktober 1982 im Rahmen der deutschen Sendereihe Rockpalast statt. Das Konzert wurde in 17 Länder übertragen, lief die ganze Nacht und wurde seinerzeit, als es nur drei Sendeanstalten in Deutschland gab, von jedem gesehen. Der Erfinder dieses Formats, Peter Rüchel, der mir ein Freund fürs Leben werden sollte, war ein so großer Fan von Man Without Women, dass er uns zum Headliner kürte. Gianna Nanini, die mir als italienische Patty Smith beschrieben wurde, trat als erste auf. Danach spielten Kid Creole and the Coconuts. Dann waren wir an der Reihe. Wir waren ein wenig besorgt, weil unsere Platte erst an diesem Tag in Deutschland erschienen war. Aber als wir auf die Bühne gingen, drehte das Publikum durch. Als die Show vorüber war, herrschte das reinste Chaos. Unser für den deutschen Markt zuständiger Typ, ein wunderbarer Chaos namens Lothar meiner Zagen, stellt ihn euch wie Werner Klemperer als Oberst Kling vor, aber ohne Uniform, gehörte zu jenen, die bedingungslos an uns glaubten. Er rief sofort in Los Angeles an, um Unterstützung für eine Europatournee zu erbeten. Er berichtete von der frenetischen Reaktion des Publikums und dass die Übertragung auf dem ganzen Kontinent ausgestrahlt wurde. Sie lehnten sein Gesuch ab. Das war ein entscheidender Augenblick. Wir hätten Europa an Ort und Stelle knacken können. Wenn ich einen Manager gehabt hätte, wäre das möglich gewesen. Kid Creole, der die Leute, mit Verlaub, zu Tode langweilte, blieb in Europa, tourte und schaffte den Durchbruch. Ich dachte immer noch oft an den deutschen Jungen, der mich überhaupt erst auf meinen Politik-Trip gebracht hatte. Nun wollte ich ihn ausfindig machen, um ihn windelweich zu prügeln. Die Tour etablierte endgültig jenes Muster, das ich mein Leben lang auf der Bühne verfolgt habe. Ich versuchte, die Leute Song für Song für mich zu gewinnen, da nur wenige meiner Nummern dem Publikum schon vorab geläufig waren. Ein weiteres Muster, das sich nun herauszukristallisieren begann, bestand darin, dass ich den Startprozess für das jeweils nächste Album nach ein paar Monaten auf Tour in Angriff nahm. Von einem neuen Song war ich aber so begeistert, dass ich die Band an einem konzertfreien Tag in ein Studio schleppte, um ihn sofort aufzunehmen. Dabei handelte es sich um Rock'n'Roll Rebel, der als Titeltrack und Eröffnungsnummer meines nächsten Albums fungieren sollte. Der Song bezog sich auf einen Vorfall, der sich im selben Jahr ereignet hatte, als Maureen, meine Assistentin Obi, Bruce und ich aus Disneyland geworfen wurden. Wegen meines Outfits. Es war eine Old-Version von Street Fighting Man, der Stones, wenn man so will. Die Pointe bestand darin, dass meine Rebellion sich in meinem witzigen Kleidungsstil und meiner Drogenabstinenz manifestierte. Darum ging es nämlich, wenn ich im Refrain sang, straight zu sein. Nicht etwa um meine Heterosexualität, was ja nicht gerade sonderlich rebellisch wäre. Obwohl es das zu einem gewissen Zeitpunkt in der frühen britischen Szene sehr wohl gewesen wäre. Ich trug im Radio sogar einmal ein Essay zu diesem Thema vor. Zusammengefasst ging es um meine feste Überzeugung, dass an jenem Tag, als die Schwulen sich vom Rock verabschiedeten, und sich stattdessen Disco zuwandten, auch der Fashion-Aspekt passé war. Der Glamrock war das letzte Aufbäumen der schwulen Kultur im Rock. Einst hatte sich die Branche noch so fest in der Hand von Schwulen befunden, dass der Stones-Manager Andrew Luke Oldham, wie er mir erzählte, vorgeben musste, homosexuell zu sein, nur um auch einen Platz am Tisch zu erhalten. Das fing an mit dem Londoner Veranstalter und Manager Larry Pawns, der talentierte und attraktive junge Männer entdeckte, ihnen neue Namen gab, sie, wenn möglich, verführte und versuchte, sie berühmt zu machen. Seine Acts umfassen Tommy Steele, ursprünglich Tommy Hicks, Marty Wilde, ursprünglich Rex Smith, Bill Fury, Ron Witcherly, Vince Eager, Roy Taylor, Dickie Pride, Richard Kneller, Lance Fortune, original Chris Morris, Duffy Power, Ray Howard, Johnny Gentle, sein Name war John Askew, Terry Dean, hieß eigentlich Terry Williams, Nelson Keen, Malcolm Holland und Georgie Fame, hieß eigentlich Clive Powell. Außerdem gab es noch den Einflussreichen, sowohl im Pop als auch am Theater umtriebigen Songwriter Lionel Bart. Ganz zu schweigen von all den frühen Rockmanagern wie Brian Epstein, The Beatles, Kit Lambert, The Who, Robert Stickwood, Cream und Bee Gees, Simon Napier-Bell, Yardbirds, Mark Bowen, Billy Gaff, Rod Stewart, Ken Pitt, David Bowie, Barry Cross, Cat Stevens und John Reed, Elton John und noch viele mehr. Der springende Punkt ist in meinen Augen, dass der schwule Einfluss mitverantwortlich war, warum Mode 1 so ein integraler Bestandteil der Rockmanagern, Rockszene war. Ich vermisse das. Okay, bin ich weit genug abgeschweift? Nachdem ich mich lange genug mit Rock'n'Roll Rebel auseinandergesetzt hatte, entschied ich mich um. Der Song sollte weder als Titeltrack fungieren, noch überhaupt auf dem zweiten Album landen. Ich stand am Anfang meiner strikt politischen Phase und war daher der Ansicht, dass ich etwas Raueres als meinen typischen Rock oder Soul bräuchte. Also beschloss ich, mich von den Bläsern zu verabschieden. Außerdem strotzte der Song nur so vor Humor. Ich war nun aber der Meinung, dass ich diese Seite von mir ein wenig auf Eis legen müsste. Ganze 36 Jahre sollten vergehen, bis ein Boxset, das mein früheres Schaffen umfasst, 2019 unter dem Titel Rock'n'Roll Rebel erschien. Das Befriedigende daran, ein Boss zu sein, der wiederum für einen anderen Boss arbeitete, war, dass ich in der Lage war, vor- und Ratschläge anzubringen. Mir gefiel meine Rolle als Unterboss der E-Street-Band. Ich war der Konsiliäre. So stand ich zwar nicht unmittelbar im Rampenlicht, durfte jedoch einen ausreichend großen Beitrag leisten, um in meinen Augen meine eigene Existenz zu rechtfertigen. Außerdem herrschte zwischen Bruce, John und mir eine gute Balance. Wir deckten die theoretischen und praktischen Aspekte der Kunst perfekt ab. Doch irgendwann im Jahr 1983 begann es sich so anzufühlen, als würde Bruce nicht länger zuhören. Er war immer schon ein höchst konzentriertes Individuum und sehr loyal, fokussiert und monogam. In seinen Beziehungen, seinem Songwriting, seinem Gitarrenspiel, gegenüber seinen Freunden. Würde dies nun auch gegenüber seinen Beratern gelten? Damals kränkte mich der Gedanke, dass John vielleicht meinen direkten und uneingeschränkten Zugang zu Bruce ablehnte. Ich mochte John sehr und dachte, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Vielleicht hätte ich mich ihm gegenüber ablehnend verhalten sollen. Tate ich aber nicht. Letzten Endes denke ich aber, dass John nichts mit den Veränderungen zu tun hatte. Es kommt vor, dass sich Leute ohne überflüssigen Ballast weiterentwickeln wollen. Sie wollen sich in etwas vollkommen Neues verwandeln und nicht länger an ihre Vergangenheit gekettet sein. Vermutlich war das hier der Fall und es handelte sich um einen solchen Moment. Ohne all die retrospektive Weisheit schlitterten Bruce und ich in unseren ersten richtigen Streit. Insgesamt sollten wir nur drei solcher Krisen in unserer Freundschaft erleben. Ich war der Meinung, dass ich ihm nur die allerbesten Ratschläge hatte angedeihen lassen und mein ganzes Leben und meine Karriere nach ihm ausgerichtet hatte, ohne jemals um irgendetwas zu bitten. Hatte ich mir auf diese Weise eine offizielle Rolle im Entscheidungsprozess verdient? Er war nicht dieser Auffassung. Also schmiss ich hin. Fünfzehn gemeinsame Jahre. Endlich hatten wir es geschafft. Und jetzt schmiss ich hin. Am Abend vor dem großen Zahltag. Machte ich dem Schicksal einen fetten Strich durch die Rechnung? Oder betätigte ich mich nur als ein Erfüllungsgehilfe? Aber lassen wir für einen kurzen Moment sämtliche Emotionen beiseite. Analysieren wir diesen, nun ja, unglaublichen Schritt mit kühlem Kopf. Positiv war, dass ich jetzt die Musik schreiben konnte, die den Großteil meines Lebenswerks ausmacht. Wäre ich geblieben, hätte ich in den Pausen zwischen den Tourneen vermutlich andere Künstler produziert oder für andere Acts Songs geschrieben. Vielleicht auch beides. Aber wahrscheinlich hätte ich nie für mich selbst komponiert und getextet. Es ist durchaus möglich, dass ich mich niemals politisch engagiert hätte. Wäre Mandela dennoch irgendwann aus seiner Haft entlassen worden? Wäre die südafrikanische Regierung zurückgetreten? Wahrscheinlich schon. Aber wir haben diese Prozesse maßgeblich beschleunigt. Ich durfte in Die Sopranos und Lillihammer mitspielen. Beide Serien wären wahrscheinlich nie ohne mich zustande gekommen. Auch sollte ich zwei Radioformate kreieren, eine an mehrere Sender weiterverkaufte Radioshow moderieren und zwei Audiokanäle mit eigenständigem Material für Serious produzieren, auf denen tausende neue Bands präsentiert wurden, die sonst nirgendwo vorkamen. Zusätzlich gründete ich eine Plattenfirma und erarbeitete einen musikhistorischen Lehrplan. Würde irgendetwas davon überhaupt existieren? Bruce Springsteens Privatleben profitierte davon. Das ist unbestritten. Er war ja zwei Jahre lang auf Tour. Hätte er überhaupt die Zeit gehabt, mit Patty anzubundeln, wenn sie nicht mit ihm auf Achse gewesen wäre? Würden ihre drei wunderbaren Kinder existieren, wenn ich nicht gegangen wäre? Patty Schialfer sollte die Liebe ihres Lebens finden. Für ihre hochverdiente Karriere hatte das zweischneidige Konsequenzen. Sie sollte für immer in seinem Schatten stehen. Hallo Patty, willkommen im Club. Aber noch einmal, würde es diese drei wunderbaren Kinder geben, wenn sie sich nicht der Band angeschlossen hätte, um meine Gesangsparts zu übernehmen? Nils Lofgren, der engagiert wurde, um meine Gitarrenparts zu spielen, kam so zu einer zweiten Karriere. Oder dritten, wenn man Crazy Horse mitzählt. Das hatte er sich auch wirklich verdient. Es sind also doch ein paar gute Dinge passiert. Die negativen Aspekte? Ich büßte meinen Einfluss ein. Wie ist Chadwick Boseman in seiner Rolle als James Brown im exzellenten Biopic Get On Up, nachdem er seine Band gefeuert hat, so treffend formuliert? Vor fünf Minuten war er noch die heißeste Kombo im ganzen Land. Und jetzt seid ihr bloß niemande. Lasst euch das eine Lehre sein. Und vertraut mir, ich bin in dieser Hinsicht ein abschreckendes Beispiel. Man darf niemals seine Macht aus den Händen geben. Zumindest nicht, bevor man eine neue aufgebaut hat. Ich verlor nicht nur einen Großteil meiner Freunde und mein Ansehen innerhalb gleich mehrerer Branchen, sondern vergab damit auch die Chance auf ein von Geldsorgen befreites Leben. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich die Unterstützung der Lenker des Universums genossen hätte, die ja bekanntlich nichts lieber tun, als glückliche und erfolgreiche Rockstars hervorzubringen? Vielleicht wäre ich finanziell so abgesichert gewesen, um selbst Kinder zu haben. Okay, im nächsten Leben dann. Als sich der Band den Rücken kehrte, wurde ich zur Persona non grata. Wir ließen kein böses Blut an die Öffentlichkeit durchsickern. Von keinem hörte man irgendetwas Negatives. Wir verlautbaten nur, dass ich ausgestiegen sei, um meine eigene Karriere zu verfolgen. Aber tatsächlich sah praktisch jeder in mir einen Verräter. Die Leute meinten, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Na, ratet mal, wessen Seite sie wählten. Ich denke nicht, dass ich unbedingt viel mit Leo Trotzki gemeinsam habe, doch zumindest wurden wir beide temporär aus der offiziellen Geschichtsschreibung getilgt. Ich denke, dass mich in Rom nicht nur uns in diesen Geschichtsschiff weil sie Symonds sind mit hacemos. Ich denke, dass wir damit auch zu tun in anderen Spielen Liebe clarity, whereabody sich sicher nach einer anderen Behörden nach черезivering Geschichtssch landmark